in diesem video möchte ich euch den ablauf der umsatzbesteuerung noch mal genauer erklären ihr solltet vorher unbedingt den ersten teil dieses videos angucken damit ihr wisst worum es hier geht ihr werdet nämlich sehen es ein bisschen komplizierter aber es ist verständlich wenn ihr den ersten teil geguckt habt deswegen guckt ihn euch bitte an um was soll es gehen ich habe euch hier vier wirtschaftsstufen aufgezeichnet das ist einmal der förster das sägewerk der holzhändler und der möbelhersteller und am ende ist hier der endkunde um den es letztendlich geht ja was macht jetzt der förster der förster hat einen wald der hat also bäume die feldern die verkauft dann das sägewerk weiter das sägewerk stellt daraus holzbretter her die holzbretter werden an einen holzhändler weiterverkauft der holzhändler verkauft das holz an den möbelhersteller und der möbelhersteller verkauft dann die hergestellten möbel an den endkunden ist darauf achten dass ich hier ein bisschen was weggelassen habe aus vereinfachungsgründen zum beispiel könnte man hier hinten noch einen händler also möbelhändler einsetzen aber damit das einigermaßen überschaubar ist habe ich hier bei vier wirtschaftsstufen gelassen so jetzt kommen wir hier zu den werten da müsst ihr auch noch mal darauf achten da ist nämlich auch noch mal eine besonderheit mit dabei also der förster produziert also bäume die er verkauft für den für das sägewerk für im wert von 1000 euro jetzt müsst ihr wissen dass das netto wert ist das habe ich euch in dem ersten teil des videos erklärt dass es hier immer um netto werte geht das heißt nachher um die umsatzbesteuerung zu verstehen müsst ihr das verstehen dass das hier netto wert also ohne umsatzsteuer ist aus sicht des sägewerks die kaufen die bäume ein für 1000 euro dann könnt ihr hier sehen das soll dieser pfeil bedeuten sondern schlägt das sägewerk 200 euro auf ich habe das jetzt mal aus vereinfachungsgründen gewinn genannt die kommen dann auf diese weise zu einem verkaufspreis von 1200 euro für die leute unter euch die ein bisschen mehr ahnung haben die wissen das schon dass man hier bei diesem aufschlag von 200 euro noch ein bisschen was anderes rein rechnen müsste denn neben dem wert des holzes was man hier einkauft also dieser bäume hier spielen ja noch andere kosten rolle zum beispiel personalkosten und abschreibung auf die sachanlagen und so weiter lassen wir das jetzt einfach mal aus vereinfachungsgründen weg wir nehmen also an der gewinn wäre 200 euro der aufgeschlagen wird man kommt dann so zum verkaufspreis von 1200 euro und der verkaufspreis ist wiederum der einkaufspreis beim holzhändler und er schlägt dann 300 euro auf und so seht ihr das kommt dann hier hin an und letzten endes wird das möbelstück hier in dem fall ein tisch oder ein stuhl für 1600 euro an den endkunden verkauft das ist also der ablauf so jetzt soll also die umsatzbesteuerung losgehen wir fangen beim förster an jetzt müsst ihr gucken also hier habt ihr den bekannten ablauf den ich euch eben dargestellt habe hier unten habe ich das finanzamt platziert damit ihr seht dass das finanzamt auch eine rolle spielt und jetzt wollen wir uns mal hier drauf konzentrieren also der förster verkauft die bäume für 1000 euro netto und er schreibt jetzt im sägewerk als leistungsempfänger eine rechnung das sollte die ausgangsrechnung sein aus sicht des försters ist es ja eine ausgangsrechnung und in der rechnung weist er zunächst einmal den netto wert aus und der netto wert sind die 1000 euro auf diesen netto wert muss der förster jetzt 19 prozent umsatzsteuer aufschlagen müsste wieder darauf achten in der praxis werden das 7 prozent das habe ich euch auch in dem vorherigen video erklärt ich mache das jetzt im gesamten video mit 19 prozent damit er da nicht durcheinander kommt aber falls jetzt einer genau ahnung hat das ist hier natur erzeugnis und da werden jetzt eigentlich 7 prozent darauf gerechnet und dann ändert sich das hier im laufe der zeit in dem ablauf deswegen nehmt einfach mal hin wir nehmen jetzt 19 prozent und das kann man im kopf rechnen das sind 190 euro ja und der rechnungsbetrag ist dann 1190 euro der leistungsempfänger also das sägewerk zahlt jetzt diesen kaufpreis das müsst ihr darauf achten in der rechnung steht ja 1190 euro also zahlt auch das sägewerk 1190 euro jetzt immer wieder zum förster aus sicht des förster sieht das jetzt folgendermaßen aus die erhaltene zahlung von 1190 euro setzt sich zusammen aus dem warenwert das ist ja hier der warenwert netto für den förster und aus den 190 euro umsatzsteuer die der kunde jetzt gezahlt hat ja diese 190 euro schuldet jetzt der förster dem finanzamt das ist ja die vereinnahmte umsatzsteuer hier die hat er ja bekommen und die umsatzsteuer zahllast führt zu einer zahlung an das finanzamt von 190 euro so dass dem finanzamt 190 euro zufließen aus diesem umsatz hier jetzt geht das sägewerk hin stellt wiederum eine rechnung an den holzhändler der holzhändler hat ja das holz für 1200 euro gekauft also ist der netto wert 1200 euro und das sägewerk muss wiederum 19 prozent umsatzsteuer aufschlagen das macht dann 228 euro und der rechnungsbetrag an den holzhändler beläuft sich dann auf 1428 euro im nächsten schritt geht jetzt der holzhändler hin und zahlt den rechnungsbetrag so dass dem sägewerk jetzt die 1428 euro vom holzhändler hier zu fließen ja das sägewerk jetzt 1428 euro vom holzhändler bekommt sieht die situation folgendermaßen aus in den gezahlten 1428 euro die der holzhändler hier zahlt steckt der wahrenwert von 1200 euro drin das ist hier der netto wahrenwert und natürlich die umsatzsteuer von 228 euro so und jetzt kommt der trick jetzt müsst ihr aufpassen falls sich da einige wundern zunächst einmal ist das sägewerk ja vorsteuerabzugsberechtigt das habe ich euch im ersten teil erklärt was vorsteuer bedeutet das heißt jetzt also dass das sägewerk nicht etwa die 228 euro schuldet das nicht ganz so wie hier warum ist das so die 228 euro umsatzsteuer kommen vom kunden hier vom holzhändler in das unternehmen rein aber die gezahlte umsatzsteuer die also hier gezahlt wurde die kann man gegenrechnen das sägewerk geht also hin und sagt ich habe 228 euro umsatzsteuer erhalten von meinem kunden ich habe aber 190 euro an meinen vorlieferanten gezahlt das ist die vorsteuer die ich selber gezahlt habe und jetzt kommt der trick bei der geschichte die erhaltene umsatzsteuer kann jetzt das sägewerk mit der gezahlten umsatzsteuer verrechnen das heißt nur die differenz wird an das finanzamt überwiesen das heißt das sägewerk meldet eine umsatzsteuer von 228 euro die sind eingenommen worden und eine vorsteuer von 190 euro und die differenz fließt dann dem finanzamt zu das wären 38 euro so falls jetzt ein kleines problem dabei hat wie gesagt ihr müsst euch den ersten teil des videos anschauen aber wichtig ist jetzt hier hier könnte auch noch mal ein problem entstehen und zwar einige denken hier warum ist das denn hier jetzt anders gewesen als jetzt hier in dem schritt das liegt daran dass ich hier als erste wirtschaftsstufe den förster gewählt habe und wer jetzt aufgepasst hat der sieht dass der förster in meinem beispiel gar keine leistung bezieht hier hier müsste ja noch wieder ein pfeil sein hier müssten könnten noch andere unternehmen stehen dann wäre das ganze aber nur noch komplizierter ich habe das aber aus vereinfachungsgründen weggelassen es könnte aber sein dass der förster selber zum beispiel eine säge eingekauft hat oder eine axt um die bäume zu fällen und dann würde der ja hier selber sachen beziehen und jetzt könnt ihr schon sehen das heißt der förster hätte ja selber vorsteuer gezahlt also umsatzsteuer an seinen vorlieferanten gezahlt und dann hätte er auch hier bei den 190 euro eine verrechnung vornehmen können das ist aber jetzt aus vereinfachungsgründen hier nicht vorgenommen worden also das wichtig ist dass ihr diese stufe jetzt als erste quasi als erste wichtige stufe erstmal erkennt so jetzt geht der holzhändler ja den nächsten schritt hin und verkauft das holz was er eingekauft hat teurer an den möbel hersteller weiter so jetzt kommt schon wieder ein problem das müsste also hier erkennen das ist nachher beim mehrwert wichtig welche aufgabe übernimmt denn überhaupt der holzhändler schließlich könnte der möbel hersteller das holz ja direkt beim sägewerk kaufen habe ich jetzt extra hier rein gemacht ja damit hier noch eine wirtschaftsstufe reinkommt also wir nehmen jetzt einfach mal an der möbel hersteller bezieht das bei einem händler und der sinn des händlers ist also dass der zum beispiel von verschiedenen sägewerken holz einkauft und deswegen erwirtschaftet dieser holzhändler hier schon aus sicht des möbel herstellers einen mehrwert denn sonst wäre er ja nicht gewillt hier die 300 euro mehr zu zahlen für das holz sondern würde gleich beim sägewerk kaufen ja nur damit ihr den zusammenhang versteht jetzt sind wir hier also hier beim holzhändler auch der holzhändler erstellt eine rechnung ja und jetzt ist das genauso wie vorher der ermittelt also den netto wert den rechnet er hier rein der netto wert soll der 1500 euro betragen und auf diesen wert rechnet er wieder 19 prozent umsatzsteuer so dass also einen rechnungsbetrag von 1785 entsteht und diese rechnung gibt übergibt jetzt der holzhändler dem möbel hersteller ja und die meisten von euch werden jetzt schon den ablauf verstanden haben der möbelhändler überweist jetzt diese 1785 euro und die fließen dem möbelhändler jetzt zu und aus sicht des möbelhändlers ergibt sich jetzt folgende situation in dem rechnungsbetrag wird ja hier der warenwert abgegolten 1500 euro und dann nimmt der holzhändler die 285 euro als umsatzsteuer ein und jetzt gilt das auch für den der kann natürlich die gezahlte umsatzsteuer also seine vorsteuer mit der erhaltenen umsatzsteuer verrechnen und da er ja 285 euro eingenommen hat und 228 euro an das sägewerk gezahlt hat schuldet er jetzt 57 euro dem finanzamt und die werden dann gezahlt das ist die umsatzsteuer zahllast und im letzten schritt geht jetzt der möbelhersteller hin und schreibt die rechnung an den endkunden der endkunde kauft ihr das möbelstück für 1600 euro netto das heißt in die rechnung übernimmt man die 1600 euro und aufgeschlagen werden die 19 prozent umsatzsteuer das sind 304 euro und dann ergibt sich ein rechnungsbetrag von 1904 euro das ganze führt dann dazu dass der endkunde an den möbelhändler ja die 1904 euro bezahlt der endkunde muss ja den bruttobetrag bezahlen so wie alle anderen hier vorher auch ja und zu guter letzt aus sicht des möbelherstellers ergibt sich dann wieder folgende situation in der zahlung des kunden ist der netto waren wert also hier die 1600 enthalten und die umsatzsteuer so und jetzt wisst ihr das schon jetzt wird es ja schon langsam langweilig dass der möbelhersteller natürlich nicht die 304 euro überweisen muss sondern der verrechnet das wieder mit der gezahlten umsatzsteuer und der möbelhersteller hat ja 285 euro umsatzsteuer an den holzhänder gezahlt und die verrechnet er wieder so dass also die differenz 19 euro an das finanzamt überwiesen werden ja jetzt habt ihr einen überblick bekommen das ist ja ganz schön kompliziert manche von euch werden denken warum ist das überhaupt so kompliziert gemacht das erkläre ich euch gleich jetzt geht es erstmal darum dass ihr versteht was hier eigentlich passiert ist jetzt könnt ihr ja hier sehen was die einzelnen unternehmen an das finanzamt überwiesen haben wenn man das jetzt zusammenrechnet fließen dem finanzamt insgesamt 304 euro zu so und jetzt kommt der trick an der geschichte falls es euch aufgefallen ist jetzt guckt euch mal genau an was der endkunde eigentlich an umsatzsteuer gezahlt hat der endkunde hat ja insgesamt 1904 euro für dieses möbelstück bezahlt so und darin enthalten sind ja 304 euro und falls ihr jetzt seht eigentlich hätte das möbelstück ja 1600 euro netto gekostet aber es fällt ja die umsatzsteuer an und wer hat die umsatzsteuer jetzt gezahlt der endkunde das kann man hier ganz gut sehen und die 304 euro ist jetzt genau das was der endkunde hier gezahlt hat in der rechnung an den möbelhersteller hier seht ihr dass die 304 euro fließen dem finanzamt zu so und warum ist das ganze so kompliziert also manche denken sich jetzt folgendes es wäre doch ganz einfach wenn hier nur der das unternehmen das an den endverbraucher verkauft dass das die umsatzsteuer ein zieht das ist auch richtig gedacht da würde übrigens genau dasselbe rauskommen wenn ihr mal guckt nehmt mal an wir würden hier nur nette umsätze vornehmen das heißt die umsatz besteuerung würde man hier weglassen dann hätte man den vorteil dass man dieses hin und her gerecht nicht hier sein lassen könnte das heißt nur der hersteller hier müsste an den endverbraucher wenn er verkauft die umsatzsteuer aufschlagen dann wäre das übrigens genau dasselbe 1000 euro 1200 euro da wäre der mehrwert mit drin sondern wenn er dann auf die 1600 euro netto die umsatzsteuer aufschlägt und dann nur die an das finanzamt überwiesen werden dann käme da genau das gleiche raus so warum hat man das jetzt so kompliziert gemacht das ist nicht ganz einfach zu erklären es gibt auch so ein paar begründungen die man dann nennen kann ich sage euch mal ein paar die euch so einigermaßen vorstellen könnt das ist nicht so wie das hier dargestellt das ist ja nur eine vereinfachung das habe ich euch hier beim förster schon erklärt jedes unternehmen kauft ja dinge ein und die werden nicht weiterverkauft also hier in dem beispiel ist das ja so der förster verkauft die bäume der sägewerk verkauft das holz und dann fließt ja hier immer die bearbeitung hier weiter durch bis aus dem ursprünglichen bäumen hier hinten das möbelstück wird so jetzt könntet ihr euch aber vorstellen dass unternehmen natürlich genauso auch sachen einkaufen und die nicht weiterverkaufen nehmen wir mal an das sägewerk kauft eine maschine der holzhändler kauft ein regal und dann gehen die ja nicht hier hinten raus die regale das die maschinen werden ja nicht weiterverkauft so jetzt ist die frage kann man dann die vorsteuer also die gezahlte umsatzsteuer auch verrechnen und genau so ist es jedes unternehmen kann auf jeder stufe natürlich dinge die es nicht weiter verkauft auch da die vorsteuer die gezahlte an den lieferanten gezahlte vorsteuer in ansatz bringen in der berechnung hier unten so und jetzt seht ihr dass da denken viele falsch endverbraucher bedeutet nicht der letzte der es verbraucht also nehmen wir mal an der holzhändler würde ein regal kaufen ich hätte also hier einen lieferanten dann würde der holzhändler das regal kaufen um seine möbel oder sein holz drin zu lagern so und dann seht ihr ja dann wäre er der letzte verbraucher in der kette denn die regale werden ja nicht weiter verkauft ja so und das ist aber nicht das was gemeint ist mit endverbraucher oder endkunde ja sondern der letzte verbraucher hier der ist immer gemeint ja das heißt der die privatperson die nicht vorsteuer abzugs berechtigt so muss man das genau sagen also noch mal guckt euch den das video teil 1 an dann seht ihr das immer diejenige person die nicht vorsteuer abzugs berechtigt ist die wird mit der umsatzsteuer belastet so ein zweiter vorteil dieses etwas komplizierten verfahrens ist dass die unternehmen hier auf jeder stufe steuereintreiber werden falls es euch aufgefallen ist belastet wird ja hier der endverbraucher ja mit der umsatzsteuer aber steuereintreiben tun hier die unternehmen in den stufen vorher so und wenn man das nicht so machen würde dann würde die umsatzsteuer ja erst hier hinten anfallen und dann auch an das finanzamt überwiesen und dann könnte das finanzamt sehr schwer nachvollziehen was da vorher passiert ist also es ist ja so das habe ich euch auch schon erklärt jedes unternehmen stellt ja so eine rechnung und in der rechnung ist die umsatzsteuer identnummer enthalten und wenn man jetzt also zum beispiel hier eine rechnung schreibt und der andere bekommt die rechnung dann setzt er ja die rechnung beim finanzamt an um die vorsteuer eben anzusetzen und nur dann kann man eben sehen als finanzbeamter das ist die rechnung die ist von da gekommen und dann kann man bei dem unternehmen gucken die umsatzsteuer die eingenommen wurde ist hier die vorsteuer die gezahlt wurde ja und da kann man relativ gut nachkontrollieren ob hier irgendeiner einen fehler gemacht hat das heißt auf gut deutsch zu wenig steuern abgeführt hat und deswegen ist das verfahren so kompliziert jetzt kommen wir noch mal ganz am ende zu dem thema zurück was wir eigentlich wollten warum heißt die umsatzsteuer mehrwertsteuer das kann man hier ganz gut sehen ihr könnt ihr nämlich sehen auf jeder wirtschaftsstufe wird ein mehrwert erzeugt der mehrwert ist hier einmal 200 300 und noch mal 100 euro und jetzt könnt ihr sehen wenn ihr also seht hier vorne gibt es diese mehrwertschöpfung ja nicht das habe ich euch eben bereits erklärt weil dir ja kein zufluss ist das heißt ihr müsst jetzt einfach hingehen 1000 euro das ist hier der mehrwert beim förster plus 200 euro plus 300 euro plus 100 euro rechnen dann hättet ihr hier die mehrwerte auf den einzelnen stufen und wenn er dann darauf 19 prozent rechnen kommt übrigens wieder auf die 304 deswegen wird die umsatzsteuer häufig auch als mehrwertsteuer bezeichnet denn letzten endes ist das so dass jede wirtschaftsstufe immer nur die steuer zahlt ja die auf den mehrwert anfällt schaut euch das einfach alles noch mal im zusammenhang an ihr könnt das video gerne noch mal von vorne gucken vielen dank für die aufmerksamkeit bitte lasst mir ein abo da falls es noch nicht gemacht hat unterstützt meinen kanal vielen dank bis dann tschüss